Musik Ich bin jetzt beim Hotel Radisson Blue St. Julians Die Rezeption Die Lobbybar Von der Terrasse Die Rezeptionsebene sieht man auf das Swimmingpool und auf das Meer Musik 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 Eine Swimmingpool Musik Ein gut ausgestattetes Fitnesscenter. Es gibt auch ein Heimbad mit Whirlpool und Sauna. Das ist das Restaurant. Hier wird gerade das Mittagessen vorbereitet. Und hier gibt es noch die zweite Lobbybar. Das ist nun der Blick auf den Strand von St. Julien's, die St. George Bay. Da sieht man auch das Hotel Intercontinental und den Bay Street Komplex, das Vergnügungsviertel mit vielen Geschäften und Restaurants. Einen wunderschönen guten Morgen hier auf der Insel Malta und zwar diesmal in St. Julien's. Hier hinter mir, das ist die bekannte St. George Bay mit dem schönen kleinen Sandstrand hier in St. Julien's. Heute ist der 11. April 2011 und wir werden sehen, dass doch schon einige im Meerwasser sind. Also begleiten Sie. Hast heute gebaut. langsamerhand. deeply Montage. 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 Ja.